Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gold Rush. Um ehrlich zu sein, kann man es irgendwie als wieder mal die erste Folge Gold Rush betrachten. Und was das zu bedeuten hat, das werde ich euch ganz kurz eben erklären. Eigentlich bin ich jetzt schon bei der vierten Folge und ich habe schon einiges geschafft. Und gerade die letzten zwei Folgen, die ich aufgenommen habe, waren wirklich absoluter Zucker. Es war wirklich nice. Das Spiel hat mich erstens übertrieben gefesselt und es sind einfach Dinge passiert, die waren einfach nur cool. Und ich wollte, ich habe mich so darauf gefreut, euch diese Folgen zu zeigen. Aber leider gab es ein Problem in der Rohaufnahme und das Video war komplett am ruckeln. Es ging überhaupt nicht. Ich habe wirklich mit mir gehadert, diese Videos hochzuladen. Aber keine Ahnung, das kann sich einfach keiner angucken. Es ist wirklich katastrophal. Und da sowieso sehr viele von euch in der ersten Folge geschrieben haben, Jo Zander, du hast diesen 1€ Modus. Wir werden einfach ein neues Spiel starten und nochmal von der Pike auf neu anfangen. So viel ist ja dann doch für euch nicht passiert. Und ich habe jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Spiel und ich kann euch eins sagen, Leute. Dieses Spiel habe ich massiv unterschätzt. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist einfach nur fesseln und es ist so geil, diesen Fortschritt zu haben. Und das ist für mich eine richtig coole Simulation. Und diese Simulation werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Und ich gebe mich nicht geschlagen, weil zwei Folgen kaputt sind, die eigentlich wirklich cool waren. Sie waren wirklich sehr cool. Sie waren wirklich sehr cool. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wir machen ein neues Spiel. Und letztes Mal habe ich einfach gestartet und da ist nämlich der 1$ Modus an. Und diesmal machen wir normal, da ist der 1$ Modus gesperrt und aus. Wir starten ein neues Spiel. Wir machen kein Tutorial. Und ich möchte anmerken, dass dieses Bild ziemlich cool aussieht. Und let's go in eine neue Welt, in ein neues Abenteuer. Goldrush Episode 1.1. Und da sind wir schon wieder, meine Freunde, an unserem Haus. Ist das nicht schön? Das kennen wir alle schon. Das brauchen wir uns auch alles gar nicht mehr anschauen. Für die Leute, die das nicht kennen, naja, ich würde mal sagen, verlinke euch trotzdem irgendwie die Playlist unten in der Videobeschreibung. Und da ist das Video dann mit 1.0 und dieses Video dann mit 1.1 markiert. Damit ihr einfach Bescheid wisst und euch vielleicht nochmal das ein oder andere anschauen könnt. Aber grundsätzlich haben wir ja hier an dieser Stelle das alles schon mal erlebt. Hier ist die Straße immer noch gesperrt. Das hat sich nicht geändert. Und wir werden jetzt erstmal kurz in die City fahren und müssen uns jetzt erstmal unsere Materialien besorgen. Nicht Mittel, sondern Materialien besorgen, die wir brauchen. Damit wir natürlich auch schön an unserer Goldschürfstelle dann später schürfen können. Und wir müssen uns auch unsere Goldschürfstelle mieten, pachten, wie auch immer. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Hier müssen wir links abbiegen. Ich kenne mich hier schon aus, Leute. Woher kommt das wohl? Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel schon in ein paar Minuten gespielt. Vor allem muss man dazu sagen, ich habe mit dieser Gasstation, habe ich mich richtig rumgeplagt. Und es war so lustig eigentlich. Es ist so traurig. Ich würde euch das so gerne zeigen. Ey, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Hier ist ein Wasserturm. Und da kann man Wasser aufladen. Ah, das ist bestimmt für diesen Wassertank. Es gibt nämlich einen Wassertank, den man kaufen kann. Und das ist auch ziemlich fresh. Wir müssen jetzt aber erstmal hier zu der Bank. Da fahren wir mal ganz vorsichtig. Da fahren wir mal ganz vorsichtig. Boom. Gegen dieses Verkehrsschild. Alles klar. So, Handbremse anziehen. Motor ausmachen. Aussteigen. Und erstmal Bankgeschäfte klären, Leute. Jetzt ist es interessant. Weil jetzt sind wir nicht mehr im 1-Dollar-Modus. Und jetzt kostet die Pacht natürlich auch nicht 1 Dollar. Dementsprechend wird es jetzt mal sehr interessant. Die kostet sogar 0 Dollar. Das ist ja sexy. Also, wir müssen das Ganze pachten. Ich denke mal, das ist einfach, weil wir könnten uns jetzt absolut nichts leisten. Der Kaufpreis von dem Grundstück beträgt nämlich jetzt nicht 1 Dollar. Sondern er kostet 600.000 Dollar. So, das Ganze pachten wir jetzt für 0 Dollar. Und das ist sehr schön. Das heißt, uns gehört auf jeden Fall schon mal wieder unsere altbekannte Grabungsstelle. Und dann fahren wir mit unserem Auto direkt zum Supermarkt rüber, Leute. Okay, Motor ausmachen. Ich vergesse immer den Motor auszumachen. Das ist bei mir schon Standard geworden. So, und ab in den Supermarkt. Und jetzt müssen wir schauen. Wir haben 450 Dollar. Beim letzten Mal, und das spoiler ich jetzt mal so ein bisschen. Das heißt, in Anführungszeichen Spoiler. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Also, beim ersten Mal bin ich hingegangen und habe mir die manuelle Pen gekauft. Also, die Hockpen. Äh, diese hier. Manuell. Die, also manuell bedeutet, ich muss hier mit einem Wassereimer immer wieder den Schlamm, beziehungsweise das Schürfmaterial auswaschen. Dieses Ding kostet 101 Dollar mehr. Die Frage ist, ob wir uns das leisten können und ob wir die ganze Abfolge davon uns leisten können. Weil, wir brauchen auch eine Pumpe, eine kleine Dieselwasserpumpe. Die kostet 200, da können wir uns gar nicht leisten. Können wir uns gar nicht leisten. Geht nicht klappen. Wird auf gar keinen Fall klappen. Weil das habe ich nämlich gekauft beim letzten Mal. Ich habe diese kleine Dieselwasserpumpe gekauft, habe mir Dieselkanister gekauft, habe dieses Ganze getankt und bin dann hingegangen und habe das Ganze automatisiert. Also, ich brauchte kein Wasser nachkippen. Das brauchte ich nicht. Aber das können wir uns heute nicht leisten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal die Hockpen kaufen. An dieser Stelle einmal, natürlich. Ich bin echt ein bisschen traurig darüber, aber vielleicht kriegen wir das ja auch hin, dass ich das irgendwie nochmal anders rechne. Was waren das jetzt? 50 Dollar. Das heißt, wir haben jetzt noch 400 Dollar. Dann kaufen wir das jetzt einmal. Das sind 100 Dollar. Jetzt brauchen wir zwei davon. Das sind 150 Dollar. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt brauchen wir noch Eimer. Wir haben Eimer, ich weiß es nämlich, im Zelt gehabt. Ich kaufe jetzt trotzdem einen Eimer, falls die nämlich keinen Eimer haben. Dann brauchen wir nämlich nicht nochmal hier hineiern. So, das sind jetzt 151, nee, 155 Dollar, wenn ich jetzt richtig liege. 155 Dollar müssen es sein. Brauchen wir noch was? Ich glaube, das wäre eigentlich alles, was wir brauchen, also damit wir jetzt anfangen können zu schürfen. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich kaufe mir jetzt einen Dieselkanister. Pass auf, wir rechnen das mal durch. Einen Dieselkanister. Dann brauche ich auf jeden Fall diesen Schlauch. Dann brauche ich einen dünnen Schlauch. Ich hole mal den Generator, packe ich hier rein. Oh, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Und das Teil. Das wird nicht klappen. Also wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwie bei 600 Dollar. Aber, ja, bei 600. Jetzt packe ich aber die manuelle mal wieder raus. Die lösche ich. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das bräuchte ich nicht. Das brauche ich auf jeden Fall. Und das brauche ich auch. Verdammt. Verdammte Axt. Das ist echt kritisch, Leute. Ich bräuchte mehr Geld. Ich habe eine Idee. Das bleibt ja jetzt drin. Wir fahren mal ganz kurz eben zur Bank rüber. Und ich gucke mal, ob ich mir einen Kredit aufnehmen kann. Das wäre natürlich über nice. Kredite. Hier. Kreditbetrag. 600 Dollar. Gesamtzins. 45 Prozent. Tagessatz wären dann 289 Dollar. Gesamtschuld wären 868 Dollar. Zinsbetrag. 268 Dollar. Raten drei Monate. Was passiert denn? Ich kann gar nicht mehr aufnehmen. Ich brauche keine 1200 Dollar. Sollen wir uns 600 Dollar Kredit aufnehmen? Wir machen das jetzt einfach. Ich nehme jetzt diesen Kredit auf. Bist du sicher, dass du diesen Kredit aufnehmen möchtest? Ja, Kredit aufnehmen. Ist das komplett der Schlimmste überhaupt? Aber wir machen das jetzt. Ich hoffe, das war jetzt nicht unser Ruin. 600 Dollar Kredit aufgenommen. Goldgräber Imperium vorbei. Da geht nichts mehr. Das wäre es natürlich. Sag mal, warum hast du eigentlich deine Goldgräber Karriere an den Nagel gehängt? Ich habe mir einen Kredit von 600 Dollar aufgenommen und konnte ihn nicht zurückzahlen. Die Hockpen Waschrinne haben wir. Die Hockpen Schürfmatten haben wir. Davon nehmen wir jetzt vier Stück mit. Weil ich hole jetzt noch was dazu. Den Eimer. Den Kanister. Wasserschlauch. Dick, Wasserschlauch, dünn brauchen wir. Wir haben die kleine Dieselwasserpumpe. Wir haben die Hockpen. Okay. So. Wir nehmen noch einen weiteren Kanister mit. So teuer sind die nicht. Und jetzt packe ich mir noch die Erweiterung rein. Die kostet auch nochmal 100. Aber, Leute, das lohnt sich. Und wir packen nochmal davon zwei rein. So. Weil wir können auf diese Waschrinne zwei Matten drauflegen. Auf die Erweiterung nochmal zwei Matten. Das heißt, wir graben effizienter. Beziehungsweise wir verlieren nicht so viel Gold, weil das an den Schürfmatten vorbeigeht. Die Gesamtkosten laufen sich jetzt auf 752 Dollar. Das ist verdammt, verdammt viel Geld für uns gerade. Aber, wir kaufen das jetzt. Wir gehen jetzt komplett auf Risiko, Leute. Und wir müssen diese zehn Tage, die wir jetzt haben, das muss laufen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch genauso viel Geld machen, wie mit dem Anfängerschwierigkeitsgrad. Also mit dem einfachen. Das wäre nämlich übel, wenn das nicht so wäre. Aber, auch das. Ein Goldgräber muss Risiken eingehen. Ein Unternehmer muss Risiken eingehen. Ja. Ihr kennt das ja. Und das kriegen wir auch irgendwie hin. Okay, das liegt irgendwie komisch. Erstmal alles aufladen. Das können wir ja gleich nochmal richtig richten hier. Wir können übrigens auch Mitarbeiter einstellen. Das habe ich auch schon herausgefunden. Also es gibt irgendwie die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie die Prozesse davon laufen. Also, was die jetzt machen. Ob die dann im Grunde auch richtig wie bei zum Beispiel Landwirtschaftssimulator Maschinen bedienen. Oder ob die im Endeffekt nur da rum ein... Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warum habe ich denn sechs gekauft? Nein, das war ein Fehler. Nein, ich bin so ein Dummkopf. Ich habe doch zwei an der Kasse ausgewählt. Kann ich die wieder verkaufen? Ne, kann ich nicht. Wir haben zwei zu viel gekauft. Ist aber jetzt kein Weltuntergang. Ist zwar ärgerlich, weil wir jetzt 50 Dollar zu viel investiert haben, hätten wir nicht machen müssen. Das ist jetzt, wie schon gesagt, überhaupt gar kein Weltuntergang, weil wir die später auf jeden Fall verwenden können. Also das war jetzt zwar zum jetzigen Zeitpunkt rausgeworfenes Geld, aber im späteren Spielverlauf kann man auf jeden Fall easy diese Matten noch benutzen. Von daher ist alles cool. Ich weiß gar nicht, ob die Sachen jetzt alle da rausfallen aus dem Truck. So, jetzt haben wir alles drin liegen. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Wir müssen an der Polizeistation vorbei und dann ist der Weg eigentlich relativ easy. Die fahren dann hier lang, dann müssen wir über die Bahnschienen drüber und an der Firma vorbei. Eine Geschichtsbenachrichtigung blinkt auf. Dein Bildschirm auf. Das bedeutet, dass ein Teil einer Geschichte in der Nähe ist. Je näher du an der Geschichtsseite bist, desto schneller blinkt das Symbol. Du kannst es jederzeit in den Spieleinstellungen deaktivieren. Okay, ich sehe gar kein Zeichen irgendwie an der rechten Seite. Kann das sein, dass das an der Polizeistation war? Ich weiß es nicht. Und da sind wir auch schon angekommen. 9.49 Uhr. Wir liegen gut in der Zeit auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Gas geben, damit wir auch ein bisschen Gold geschürft bekommen. Diese Stelle ist jetzt wieder komplett resettet. Das ist natürlich cool, weil ich habe da schon übel viel rumgegraben in der letzten Folge. Aber jetzt können wir erstmal easy hingehen und alles aufbauen. So. Das ist ja jetzt auch ein bisschen was anderes als beim letzten Mal, muss man ja jetzt sagen. Wir haben ja jetzt hier die Erweiterung und wir haben ja jetzt den Generator und so. Nein! Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich muss nochmal losfahren. Nein, ich habe vergessen den Dieselkanister aufzutanken. Obwohl wir eigentlich in der Dieselpumpe noch 20% drin haben, weil wir kaufen den Dieselgenerator oder haben wir zumindest beim letzten Mal gekauft und da hatten wir noch 20% Diesel on top bekommen vom Händler. Die werden wir wahrscheinlich dieses Mal wieder mitgegeben haben. Ich glaube, es macht mehr Sinn, die irgendwie an unser Zelt zu bringen. Ich würde sagen, wir machen hier so eine kleine Lagerstelle, wo wir erstmal die Sachen, die ich eventuell zu viel gekauft habe oder die wir jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht brauchen, dann einfach erstmal hinstellen. So. Jetzt haben wir die zwei Dieselkanister. Die sind natürlich beide leer. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Äh, Hockpan, Schüttkasten für Pumpen. Oh. Ich habe gerade für einen kurzen Moment gedacht, habe ich jetzt auch die richtige gekauft oder war ich da wieder zu aufgeregt? So. Den Generator stelle ich jetzt mal hier an diese Stelle. Und da seht ihr, 20% sind da drin. Äh, wo ist denn jetzt der andere Kanister hin? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Versteckt im Busch. Ja, wir müssen nochmal los eben zur Tankstelle. Ein bisschen Kohle haben wir ja zum Glück noch, weil tanken ist nämlich echt teuer. Aber werdet ihr gleich sehen. Wir springen mal schnell zur Tankstelle. Angekommen in der Stadt, meine Freunde. Und da sehen wir auch schon wieder den Wasserturm. Hinter dem Wasserturm ist dann die Tankstelle. Und jetzt müssen wir aber ganz kurz eben unsere Kanister hier tanken. Und Leute, ihr glaubt gar nicht, in der zweiten Folge, die ich aufgenommen habe, wo ich das hier alles gemacht habe, ich habe ja die Vorbereitung in der zweiten Folge gemacht, letztes Mal. Und dann habe ich in der... Schon wieder vergessen, Abbrengung zu ziehen. Klasse. Und dann habe ich in der dritten Folge, habe ich dann schon geschürft. Es war so witzig, ja. Wie ich... Ernsthaft. Ihr glaubt gar nicht, wie verzweifelt ich war an dieser Tankstelle, wie diese Tankstelle funktioniert. Jetzt ist es natürlich super easy, aber ihr hättet es einfach sehen müssen. Also, ich stelle mal die zwei Kanister erstmal hier hin, an die Seite. Und dann nehmen wir uns hier mal den Rüssel und tanken die. So einfach eigentlich, ja. Aber glaubt mir, ich habe es wirklich komplett nicht verstanden. So, wir haben... Was habe ich gesagt? Wir hatten noch 200 Dollar, ne? Das heißt, wir machen beide Kanister voll. Das ist... Ups. Das ist auch ordentlich Reserve dann am Ende. Irgendwann werden wir das sowieso brauchen. Jetzt haben wir noch... Wie viel haben wir jetzt noch auf der Kante? 184 Dollar haben wir jetzt noch. So, dann nehmen wir jetzt mal nochmal hier so ein bisschen was rein. Ich würde sagen, für 70 Dollar. Das sind nochmal 25 Liter. Die packen wir oben drauf, damit wir so ein bisschen Reserve haben. Weil ich habe ein bisschen immer Angst, dass wir eventuell stehen bleiben. Vielleicht wäre es da auch sinnvoll, wenn ich dann immer einen Kanister mit dabei habe. So für alle Notfälle. Weil mit... Ich sag mal... Ich weiß gar nicht. Wie viele Liter haben wir jetzt eingepasst? 25 Liter oder was in den Kanister? Das wäre schon ganz gut. War unsere Motorhaube da gerade auf? Ist die gerade aufgegangen? Warte mal, kann ich die Motorhaube aufmachen? Ich kann die Motorhaube aufmachen. Die Batterie kann leer gehen. Genau, stimmt. Weil beim letzten Mal habe ich nämlich nachts das Licht angelassen. Und dann hat er mir eine Meldung gegeben und sagte, Yo, du musst aufpassen, deine Batterie kann leer gehen. Das ist auf jeden Fall stark. Sowas finde ich cool. Solche kleinen Sachen. Okay, aber wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Und Kraftstoff ist übrigens jetzt gut bei uns im Auto. Wir sind über die Hälfte. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache gewesen, dass wir jetzt ein bisschen getankt haben. Jetzt haben wir ein bisschen Puffer. Jetzt haben wir so die ersten Ausgaben, haben wir jetzt alle gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben die ersten Ausgaben gemacht. Wir haben immer noch 111 Dollar auf der hohen Kante. Das heißt, wir können auf jeden Fall die ersten 2-3 Tage die Kreditkosten zurückzahlen. 45% Kredit, ey. Also wirklich komplette Wucherbank. Aber das kriegen wir hin. Ich versuche den so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Einfach den Kredit. Hier, das heißt, wir müssen jetzt schürfen, 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 schürfen. So viel wie wir können. So schnell wie wir können, so viel wie wir können. Und dann läuft das Ganze auch. Diese Firma sieht so traurig einfach aus, ne? Zack. So, wir sind angekommen. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal ganz kurz eben was zeigen. Hier ist diese Grabstelle, ja, für die Hockpen-Geschichte. Das heißt, hier können wir graben, ähm, um hier mit unserer kleinen Rinne das Ganze auszuspüren, das Material, ja? Und jetzt guckt euch mal bitte an, was für Möglichkeiten wir alleine auf dieser Fläche noch haben. Das komplette Areal. Alles, was so eine hellbraune Erde ist, können wir schürfen. Richtig nice. Also, ich glaube, das wird noch richtig, richtig abgehen hier im späteren Verlauf. Aber ich würde sagen, für heute haben wir jetzt erstmal das Ding hier angebracht. Oder beziehungsweise am Start gebracht. Und ich werde jetzt erstmal alles vorbereiten. Äh, rup. Der hat mir hier den Dieselkanister erstmal schnappt. Den werde ich erstmal hier hinstellen. Den anderen lasse ich erstmal auf dem Pick-Up drauf. Und jetzt schließen wir das ganze Teil mal eben an. Und beim letzten Mal war ich mir nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe das so gemacht. Dann habe ich den dicken Schlauch ins Wasser gelegt. So, und dann sagt er mir, jo, alles klar, Wasser ist angeschlossen. Sieht man ja jetzt hier. Also, wenn ich den Schlauch jetzt aus dem Wasser rausnehme, dann ist kein Wasser drin. Aber jetzt ist Wasser drin. Also, der zieht über diesen Schlauch, zieht der Wasser in den Generator rein. Dann nehmen wir den dünnen Schlauch und setzen den hier an und schließen den hier dran. So, und dann haben wir hier auch die, äh, Hockpen angeschlossen. Und jetzt kann Wasser durchlaufen. Jetzt müssen wir natürlich den Generator noch ans Laufen bringen. Dafür tanke ich den jetzt aber einmal erstmal auf. Damit der schön auch vollgeladen ist. Weil meine Feststellung war, einmal komplett die Matten voll machen, hat ungefähr 20% Diesel gekostet, ja. So, und jetzt sehen wir hier an der Stelle übrigens, äh, wenn man sich bückt. Hier sieht man jetzt den, ähm, Füllstand noch. Also, wir haben jetzt ungefähr, ah, ich würde mal sagen, 20% von dem, von dem Dieselkanister ist jetzt, äh, ist jetzt hier in den Generator reingegangen. Also 80%, Füllung sind 20%, dementsprechend würde ich sagen, einmal komplett auffüllen wären dann 25%. Das heißt, wir könnten mit einem Kanister viermal das Teil voll machen. Das ist auf jeden Fall stark. Damit können wir einiges an Gold schürfen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt, äh, können wir reinträglich anfangen zu schürfen. Aber da wir jetzt heute schon einiges vorbereitet haben für die nächste Folge, würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal Cut. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie viel wir beim nächsten Mal rausbekommen. Um das nicht zu verpassen, könnt ihr natürlich abonnieren, die Glocke aktivieren. Denn in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal richtig hardcore reinschürfen und werden mal ganz viel, äh, hier durchlaufen lassen. Mal schauen, wie viel wir da rausbekommen. Weil wir müssen ja jetzt auch ein bisschen Knete verdienen, damit wir unseren Kredit zurückzahlen können, ja. Wie gesagt, um nichts zu verpassen, abonnieren. Ansonsten gebt mir gerne Tipps, weist mich auf Dinge hin. Das könnt ihr jederzeit tun. Ich freue mich über alle Kommentare zu diesem Projekt, weil mir dieses Projekt wirklich sehr am Herzen liegt, weil es mir unglaublich Spaß macht. Positive Bewertung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.